Musik 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 Hallihallo und herzlich willkommen zu Minecraft Aua! Loops Adventure Maps mit Toa und Alex Ja! Immer noch! Jaaaaaa ist okay Das war witzig Wow! Oh ne! Warning! Uranium! Oh Gott! Unendlich! Alter! Ist es euer Ernst? Ja! Oh mein Gott! Alter Spinner! Alter! Da muss man ja dicht sein! Alter! Da muss man ja dicht sein für das Spiel! Oh Gott! Jawoll! Und noch mal weiter springen! Jaaaaa! Boah Alter! Boah Alter! Oh Junge! Boah Alter! Ich spring glaube ich hier so schnell wie möglich durch damit ich nicht diesen Effekt erleben muss! Alter Schwede! Alter! Oh Uran hier! Was muss man dann da gekifft haben dafür Alter! Ja das ist Uran hier! Deshalb geht's hier so schnell! Muss man da rüber! Oh ne! Bekifft Modus! Alter! Alter! Wie es sich anfühlt bekifft zu sein Alex! Wohin Alex! Wohin Alex! Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich hier durchzugehen! Alter Schwede! Boah Junge! Wie bist du da hingekommen? Wieso da? Muss man da hin überhaupt? Ah! Hab ich ja! Oh! Nein! Aber hier geht's weiter! Oh Alter Schwede! Ist vorbei! Ist vorbei! Was? Wir haben es geschafft! Wie bist du denn da weitergekommen? Äh! Alter! Warte! Ja links! Boah das ist ja... Du kriegst du ja Down-Syndrom! Ich hab mal da nichts gegen Leute die sich Down-Syndrom haben! Welcher? Gerade aus der... Wo? Warte ich kann mal kurz! Hier der! Alter da ist man doch... Der ist mal doch hakelig! Da hab ich doch Decke überm Kopf! Ja du musst auch von hier her springen! Wo geht's von weiter Marc? Alter Schwede! Ah Junge da ich seh doch nix! Da wo Alex gerade ist! Ich komm doch! Junge ich seh doch nix! Wo jetzt hin? Marc! Ja schön! Da auch sprinten! Gerade aus! Und jetzt unten hier unter euch! Da könnt ihr normal springen! Oh ich seh nix! Einfach einen... Einen ganz normalen Sprung! Einzel! Milch! Ja! Ich bin nicht wirklich... Betrunken! Oh! Genau! Oh! Hier gönn dir die Milch! Oh Junge! Das ist das Kotzen! Alter! Oh mein Kopf glaube ich ey! Der hat der Platzkleid! Wie soll man das denn jetzt schaffen? Der Platz... Platzkleid wie ein Ballon! Alter! Wie soll ich das denn? Wie geht das denn? Hä? Hä? Ja wie da ist doch ein Block! Ach so! Hä? Hä? Wo ist das Problem? Warte mit Shift! Da! Hallo! Ja wir kommen mal von da oben! Wir kommen mal von da noch weiter! Das ist die Frage! Boah Alter! Das dreht's bei mir immer noch! Also! Einfach bei mir so im Kopf! In deinem Kopf oder was? Ja! Alter! Geh doch mal weg hier! Ich steh den Weg! Hä? Wie? Wie? Wie geht das? Ich kann ihn kommen mit dem? Hä? Marcin bist du weitergekommen? Oh! Noch mal springen! Ah! Hab's verstanden! Eine Sekunde! Geh weg! Achi! So! Na! Wie bitte das! So! Na! So! Na! 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 Oh! Jetzt bin ich ganz unten super! Hä? Wie hab ich das grad gemacht? Leben alter! Äh! Ich glaub ich die ganzen Drogen eingeworfen und dann ging das auf einmal! Sprinten und dagegen springen! Ging die Leitungen von hier? Sprinten? Ja! Sprinten! Nein! Oder? Da fall ich runter, also bevor ich springen kann, fall ich da runter! Boah! Oh! Was nen Fail alter! Buch und Feder! You have done it! You have reached our sacred tomb, our treasure! If this is true, that means you have passed our challenges! I must make one request! Do not use this treasure for material objects! Wo? Use these treasures for the greater God! Okay! Ach du Scheiße! Hier kann man äh... Mal an Besitz! Alter ich... Alter Schwede! Jetzt kommen wir in diese ekelhaften Leiter springen! Warte lass doch was! Bright like a diamond! Oh Alter kommen wir hier in die Resten Kisten alter! Hier! In die Resten links! Bright like a diamond! Rechte links Junge! Ich mach mal gleich eine Diarrüstung, Alter! So sieht's nämlich aus! Ist hier irgendwo ein Crafting Table? Wenn ja, dann wär das mega geil! Ah! Attach Safety Harness, just in case! Junge! To whom this applies! Diars Emeralds! Diars Emeralds! Diars Emeralds! Diars Emeralds! Diars Emeralds! Diars Emeralds! Also Map fertig? Dein Zone noch! Ich weiß es nicht! Such doch mal noch! Da hinten ist doch was! Da ist noch eine Tür! Das Lama! Wie komm ich da rein, Mann! Hallo! Hilfe! Hilfe! Hilfe, Marc! Hallo! Hier hinter dir! Hier! Hallo! Ja! To all of my subscribers! You may recognize this! Thank you for playing the map! If you want to more check out... Aaaaaaahhhhhhhh! Special thanks to BNB2407 for helping out! Oh, hier geht's noch weiter! Wie viele CES Blinks haben wir gefunden? Sechs Stück! Es gab 34 in der map! Ja! Das war's! Thanks for playing the map! Oh! Alex, komm mal her! Alex! Oh, jetzt kommt mal her... Aua! wo seid ihr wo es mag ich folge dir nur kann ich weiß nicht am anfang hier seid ihr dann haben wir sind hier irgendwo sind draußen kommt doch da ist toll wo diesen schild gold und ach so du bist noch am anfang wir sind schon die handel knuff gedrückt und sind weitergekommen ja das was anscheinend warte mal hier ist noch mehr hier ist noch mehr ist hier was ist hier ich mal runter was ist das ich wurde in was denn alter mann ist wie ich meine aufnahme sehen alter scheiß die wandern es war irgendwie fehl warte noch mal hatte so was denn vielleicht wegen zwar schlecht ist spannend jetzt alter nach weit schießen alter schießt mich soweit wie es geht warte mal ich muss warte 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 ich bringe jetzt mal da drauf so weit können wir doch sicher sagt getroffen sagt getroffen ich habe keine pfeile zuschauen und bis zu bis zum nächsten tschau 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 tschau